guten morgen leute ja herzlich willkommen zu dem fünften tag hier aus südfrankreich und ja wie ihr seht ich lege noch im bett wir haben gerade ich glaube mal 9 uhr jetzt auch der schluss wieder auf den strand mal schauen was wir da so noch erleben werden also bis gleich ja 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 Bei unserem neuen Hotel, wo wir jetzt eine Nacht lang bleiben. Und hier ist das Airport. Der Airport kann mit der Flughafte und da ist unser Hotel. Und da sehen wir uns gleich schon im Zimmer. Und dann bis gleich. So Leute, wir sind jetzt im Zimmer. Und ja, ich mache wieder mal so eine kleine Art Rumtour. Die ist wie heute, wird etwas länger. Und ja, hier ist die Tür. Sehr schick auf jeden Fall. Dann haben wir hier so, keine Ahnung, eine Art Schrank. Was sind wir hier? Keine Ahnung. Dann ist hier das Badezimmer. Hier wieder schick, schick, schick. Hier, hier Waschbecken und darüber. Wieder mal ein, ähm, ein Spiegel. Da haben wir noch einen Spiegel. So. Dann haben wir hier die Toilette. Hier ist ein Kühlschrank. Da ist eine Sitzbank. So. Und dann geht's hier weiter. Hier haben wir dann, so da ist ein Fernseher. Und dann geht's hier. Und hier können wir das dann so. Ganz chillimilli. Dann machen wir kurz das weg. Dann können wir dann ganz chillig hier so doppelt sitzen. Das ist schon ganz geil. Dann können wir hier. Dann kann ich hier nachher mal ein Video schreiben. Und ja. Dann ist hier unser Bett. Das ist meine Schwester sein Teddybär. Und hier sind so ein Sofa. Können wir auch Fernseher. Aber ich muss ehrlich sagen, ich hole lieber von hier. Und ja. Und ja. Das war's dann schon mit der Urbentur. Ich kann ja nochmal unsere Übertriebung ins Kassel geile. Mega Aussicht zeigen. Also ist jetzt nicht so der Burner. Da ist der Flughafen. Und ja. Dann würde ich sagen. Sehen wir uns morgen wieder. Und ja. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann haut rein. Und ciao.